Was haben wir denn hier? Das sieht nach Keller aus. Schön raucher, Junge. Das wird bestimmt auch so eine Konstruktion sein, die man bestimmt von der Wand weg machen kann und zum Rick hingeht. Da war wieder ein 5-Head am Stissel. Hier ist auch irgendwie ein Buzzshaker dran, okay, aber... Oh, eine VR-Brille. Ist das, äh, das hier sind die, okay, Invictors? Och du, hier ist einer auf jeden Fall sehr begeisterter VR-Spieler. Aber im Keller ist geil. Da wird's bestimmt schön kühl sein. Schön, ist auch geil. Ist auch, in Anführungszeichen, simpel und geil. Oh, das hier in Victor Wheelbase. Da hat jemand richtig reingeschoppt. Toll. Das sieht auch schön aus. Hobbykeller. Bin schick. Toll. Schönes Ding. Das war von... Kalian. Kalian. Was haben wir denn hier? Tim. Ui. Oh, Tim fährt sehr eng. Ganz viele Strecken dran. Also, deko-technisch hat Tim einen hingelegt. Kabel sind auch moderat, würde ich sagen. Hier werden VHS-Panels gefahren. Wheelbase können wir gerade nicht erahnen. Aber ist moderat von der Kabellange her. Ah, hier, guck mal. Die Halter finde ich ja auch geil, dass man die Sachen da reinlegen kann. Ah, hier von der VHS. Das hängt auch an der Wand dran. Das sieht aus wie 3D-Druck, wa? Aber ist auch schönes Rig. Schönes Rig, schöne Wand. Finde ich schön. Doch. Das ist sehr schön gemacht. Geht die Tür auf. Die Tür geht aber gerade so auf den Millimeter auf wahrscheinlich. Schönes Rig. Von Tim. Oh, hier kommt von Werner nochmal ein Bild. Das hatten wir schon gesehen, ne? Ach, hier Kuschel. Kuschel fährt mit dem Playseat. Ist geil. Einfach so einen Tisch quer, sag ich mal, drüber gemacht. Das war angeschraubt. Das ist auch geil. Ich meine, es funktioniert. Kuschel ist ja jetzt, glaube ich, nicht der Langsamste, ne? Das sieht mir aus nach einem Thrustmaster. So, was haben wir denn hier? El Bricho. Bricho hat auch in Anführungsstrichen ein sehr kleines Rig. Also, ich glaube, da war nicht viel Platz, aber es ist auch geil. Also, es reicht halt aus. Das sieht mir nach VHS-Pedalen aus. Hier Cube-Controls dran. Schönes Dash von Nocturne. Das sieht doch auch prima aus. Hier noch ein Stream Deck reingeorgelt in das Ding. Schöne Fußablage. Kabelmanagement. Lassen wir mal einfach, lassen wir mal außen vor, ne? Der hat das halt einfach wieder nur hingeschmissen. Hier hängen noch zwei Flags unten dran. Okay. Schön. Auch geiles Rig. Auch ein schönes Rig. Xixas. Ai, Karamba. Jetzt geht's los. RGB sein Vater, Junge. Oh, Xixas. Das wollte ich früher auch mal machen. Schöne Idee. Auch schön noch mit Ventilator hier. Nee, das sieht auch schnieker aus. Das sieht mir so ein bisschen nach der nächsten Evolutionsstufe aus hier. Nee, wa? Nee. Das mit dem Monitor ist ja ganz toll hier unten auf der Ecke. Das sieht auch sehr schön aus. Der Teppich ist ja geil. Du, aber was ich halt total geil finde, wenn wir uns das mal angucken, dass es Leute wirklich geschafft haben, auf kleinstem Platz noch Rigs reinzukriegen. Das finde ich cool. Also das finde ich wirklich schön. Ah, hier ist nochmal, hier wird ein bisschen ausgegrenzt. Staubsaugerroboter. Ist wichtig und richtig. Wen haben wir denn hier? Philipp Schneider. Oh, Philipp hat ein Playseat. Der Gartenstuhl. Quasi. Mein Bildschirm ist ausgegangen. Geh wieder an. Danke. Okay, schön mit dem Playseat. Auch super simpel gehalten. Ich meine, es funktioniert. Das sieht mir schon nach einer Upgrade-Stufe aus hier. Das ist noch eine alte CSL. Oh, es wurde aufgerüstet im Laufe der Zeit. Okay. Da wurde auch der Raum noch gestrichen. Alles ein bisschen umgearbeitet. Hier, Stuhlsen, ne? Stuhlsen noch da? Ey, sag mal, Dissi, wollen wir nicht deine PCs mal in den Schrank an der Wand dran machen oder was? Nee, am Arsch dran da. Stuhlsen wollen alle Rechner an der Wand machen. Alle. Du, aber es ist ein schönes Upgrade, ne? Oh, da war auf jeden Fall jemand ein bisschen ambitionierter im Laufe der Zeit mit seinem Computer und mit Racing. Man sieht eine Evolutionsstufe. Man sieht auf jeden Fall, ich hab mal angefangen. Hm. Ich hab mal angefangen zu, okay, jetzt machen wir ernst. Jetzt gehen wir rein. Nice. Auch cool. Sklave. Oh, Sklave ist, äh, 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 Sklave ist Formel-1-Fahrer, so wie das aussieht, wa? Sklave sieht aus wie Formel-1-Fahrer. Der liegt ja mehr. Ja. Das sieht nach Formel-1 aus. Okay, krass. Oh, das ist aber auch eine wilde Konstruktion hier von Strike Racer. Oh, hier ist sogar ein Seed-Mover mit bei, ne? Tatsächlich, ja. Also, das Ding bewegt sich noch. Krass, krass, krass. Schön. Ich glaub, wir fahren auf dem Fernseher, so wie das aussieht, ne? Ja. Ich mein, das erfüllt seinen Zweck. Oh, hier noch eine kleine Button-Box angebastelt an der Seite. Guter Mann fährt Asetec. Oh, das sieht wirklich sehr wild aus mit der, mit dem Rig und der Konstruktion. Monitor ist ja auch mit draufgeschraubt. Interessant. Ja, tatsächlich. Hier ist, äh, so ein Mover mit unten drunter. Oh, hier wird sogar, ach nee, hier fährt jemand VR. Okay. Das ist VR und das hier ist quasi nur, äh, zwei Bildschirmen. Alles klar. Nice. Schönes Rig. Von Sklave. Nuselelelelele. Was haben wir denn bei Nuselelelelele? Nuselelelelele verwendet den Bildschirm, glaub ich, da drüben auch noch. Den dreht er sich dann immer über rum. Aber auch geil, ne? Also, es ist wirklich super simpel von, äh, vom Rig her. Also, es ist halt nur der Unterstand. Monitor an den, äh, an die Wand. Ist geil. Da ist jetzt nicht irgendwie großartig fancy was gebaut. Nö. Ist geil. Geil. Das ist richtig schick. Das ist richtig schick. Gefällt mir. Yannick Eckert. Oh, Holz. Holz. Sehr viel Holz. Das ist schon wirklich DIY, aber es scheint zu gehen. Geil. Ey, ich mein, wenn's funktioniert. Das ist richtig cool. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Von Yannick. Oh, die Gartenstuhl-Fraktion. Let's go. Von Pingu. Oh, wir haben hier nochmal Packs auch mit, äh. Ha, 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 ha. Packs ist auf jeden Fall der absolute Gartenstuhl-Fraktion-Fahrer. Aber ohne Scheiß. Ey, wisst ihr was? Solange das funktioniert und du dabei Spaß hast, let's go. Wie geil ist das denn? Das ist halt wirklich wieder so das Maximalste rausholen. Der Fernseher scheint auch ein bisschen älter zu sein, aber ey, wen interessiert's? Hauptsache es geht, ne? Geil. Wie geil ist das denn? Aber Gartenstuhl holt mich halt komplett ab. Die Gartenstuhl-Fraktion. Die Gartenstuhl-Fraktion, die holt mich ja komplett ab. Nice. Oh, hier Yannick nochmal mit ein paar mehr Eindrücken von seinem Holz. Ach krass, das ist sogar so ein Drehstuhl. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Oh, hier wurde nochmal... Ach krass, guck mal, jetzt kann er die Monitore einmal nach hier drehen und einmal nach da drehen. Auch cool. Das ist ja auch geil. Kuchenpirat. Was sind das für real? Ist doch auch einfach der Unter... In Anführungsstrichen einfach der Unterbau. Simocube. Auch schön. Auch total simpel. Und schön. Hier hast du übrigens den Deckel vergessen. Ähm... Geil. Ich finde das total klasse, dass ihr... Also dass einige wirklich aus ganz wenig Platz das Maximalste machen. Auch mit diesen... Mit den Rechnern beispielsweise hier. Also ich habe ja immer das Problem mit meinen Computern. Deswegen habe ich ja 10 gefühlt. Und ich finde das cool, dass ihr das so löst. Es ist schön auch mal zu sehen, dass das in Mini-Mall geht. Hier sind VHS-Pedale drinnen. Geil. Der Rennsitz ist wahrscheinlich auch einfach aus dem Auto vom Sperrmüll. Oder ne, vom Schrotti. Das ist wirklich schön. Richtig geil. Wen haben wir denn hier? Exit. Ach, Exit hat zu viel Geld. Exit hat zu viel Geld. Der macht nämlich... Der hat hier Dings drin. Exit hat sich Asus-Panels gekauft. Exit hat finanzielle Mittelsichter. Das ist... Wisst ihr, wenn man bei Simrace dann reinguckt, ne? Und da hängen solche Dinger. Weißt du immer gleich Bescheid. Geld spielt keine Rolle, Digger. Kreditkarte durch. Chicka-Ting! Aber ist auch geil. Hat auch einen sehr kleinen Fußabdruck. Also einen räumlichen Fußabdruck. Das ist schön. Es ist auch super clean. Also bis auf das bisschen Gebimmel da hinten jetzt. Aber ist auch geil. Schönen Boden hast du. Von der Farbe her. Ah, hier Pingu seine Konstruktion noch. Mit dem Fuß. Was haben wir denn hier? Marius Ether. Was hat der Marius hier? Häusing-Welt-Sprint. Das... Genau das ist das, was ich meine, ne? Das ist einfach der Unterbau. Oben bisschen was für ne Weser-Halterung. Du kannst fahren. Das ist super geil. Und in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt mal die Hardware hier wegrechnen, ist das echt simpel und nicht so teuer. Das ist geil. Was sind das eigentlich hier unten? Das sieht alles wie Brotbacken-Mischung. Wieso hast du Brotbacken-Mischung neben deinem Brick stehen? Bist du Bäcker? Oh wow! Pampers sind das? Ach, feuchte Tücher. Ja gut, also ich sag mal so, im Brick kann man schon mal ein bisschen... Du, aber beim Aufstehen und Foto machen ist auf jeden Fall der Eis hier umgekippt. Was sind das am Rechner? Was haben wir denn hier? Herr Frosty hat auch noch mit eingereicht. Das wird das letzte sein für heute. Ach du Scheiße! Was macht denn Herr Frosty? Bagger, deine Pedale stehen ja so! Bagger, fährst du so? Fährst du so Auto oder was? Alter, was mit dir denn? Excuse me, Officer? Mager, was zum Kuckuck? Trinkt nicht so viel Cola, ist ungesund. Also entweder bist du 1,20 Meter groß und die Wheelbase ist nur gerade. Alter, fährst du wirklich so? Was ist da los? Aber schönes Rick. Schöner Sitz übrigens. Kommt mir bekannt vor. Schöne Grüße gehen übrigens raus an den Gehäusekönig. Nee, der Sitz hat keine Schienen drunter. Also wenn das... Nee, der Sitz hat keine Schienen drunter. Hm. Auf dich, Frosty. Also wirklich, das ist ja richtig crazy. Frosty hat ein Bild nachgereicht. Das ergibt für mich ja gar keinen Sinn. Das ergibt für mich gar keinen Sinn, wenn ich das sehe. Alter, also deine Muskeln am Schienbein, die werden sich freuen, Junge. Pfff, die sind immer auf stramm, Alter. Aber dann sind sie wenigstens gut gedehnt. Also hier, ich stell mir halt vor, die Dinger sind ja immer auf Spann. Das ist ja richtig krass, ey. Boah. Naja. Das war's für die heutige Episode. Die nächste heben wir uns auf. Also in der nächsten Episode, jetzt zeigt mir eure Ricks, werden wir vielleicht sehen, dass Kuschel seine Pedale doch umgestellt hat, weil er festgestellt hat, dass das ergonomisch einfach Müll ist, was er da gemacht hat. Aber, das musste jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht sehen wir auch den nächsten geilen Schreibtisch, der komplett aus Holz gebaut wurde. Gepart mit einem Rig aus Holz. Und wir haben einfach eine ganze Gartenlaube aus Holz gebaut mit einem Rig drinnen. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt.